Herzlichst Willkommen auf FischCopTV, hier ist wieder euer FischCop und wir haben bei uns den Gravity, hallo Gravity! Hallo! Hallöchen! Und zwar ist das hier das erste Video aus der neuen Reihe Let's Fail mit FischCop. Oh ja! Und zwar wird das so eine Reihe sein aus Spielen, die ich zwar wahrscheinlich sehr gerne spiele, aber nicht so gut kann. Früher war ich aber mal echt ein guter Ego-Shooter, so damals als CS gerade online ging, war auf den Servern nicht so viel zu holen, die Leute waren alle schlecht und ich war der König. Das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten und irgendwann haben dann die ganzen Leute angefangen zu suchten und seitdem fing auch richtiges Leben an und so, da konnte man nicht so viel üben. Was soll man machen? Aber so sind wir jetzt in der Lage halt auch ein Let's Fail zu machen, finden wir doch auch gut. Und was machen wir? Erklär nochmal genau, was wir jetzt hier bei MW3 machen werden. Ja, also die meisten Fans von MW3 wissen wahrscheinlich schon, worum es hier geht. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Runde Waffenspiel. Das ist ganz einfach. Wir fangen zu zweit mit der gleichen Waffe an und wenn man einen Abschluss macht, bekommt man eine neue Waffe und das geht glaube ich bis zum 18. Rang und wer den letzten Abschluss macht, hat dann gewonnen. Alles klar, okay. Gut, also eins gegen eins. Du bist viel besser als ich. Der, der, der sich hier auskennt bei MW3, der sieht das wahrscheinlich hier schon an den Rängen. Ja, so viel besser. Also ich habe lange Zeit jetzt nicht gespielt, aber... Na gut, aber lasst uns mal starten, lasst uns nicht nacken, schnacken, koppelnacken, wie man bei uns im Norden sagt, ne? Wir spielen Dome, das ist eine kleinere Map. Damit wir uns auch mal treffen. So, und ich habe ja ganz viel, ähm, D.O.D. gespielt, ähm, hier, wie heißt das? Day of Defeat Gun Game. Das ist ja das gleiche Prinzip, wenn du jemanden tötest, kriegst du eine nächste Waffe. Finde ich ja total spannend und total spaßig. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie lange habe ich jetzt MW3 schon. Wusste gar nicht, dass es das hier überhaupt gibt. Aber jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Oh, ich hab die falsche, ich wollte gerade sagen, ich hab die falsche Klasse, aber es ist ja... Ah. Oh, ich glaube der... Au! Okay, das war der erste Fail. Ich glaube die Spiele-Sounds sind noch ein bisschen zu laut. Ja, ich hör dich schon. Du hörst mich? Das find ich nicht gut. Ah! Da kam er um die Ecke. Das ist alles, das liegt alles hier am Lag. Liegt alles am Lag. Ich hab'n Lag. Wo bist du? Ja. Nehmen wir schon die kleinste Karte. Obwohl ich dir persönlich so für Team Deathmatch und Bodenangriff echt zum Kotzen finde, weil du schaffst dir einfach keine Abschlussserien. Weil du immer stirbst, weil du immer Leute triffst, ne? Bitte? Weil man immer Leute triffst und dann immer stirbt. Ja, ich, ich versuch'n und zerstören oder so, wo man mit kleinen Gruppen hier unterwegs ist, ist die Map ganz angenehm, aber... Wo bist du denn? Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich... Bist du weit gelaufen? Nein. Ich glaub', ich hör' dich, aber wahrscheinlich bilde ich mir das ein. Du bist ein Camper. Ich bin kein Camper. Ich bin hier am rumstratzen wie so'n Blöder. Verschaff' mir jetzt mal einen Überblick. Moment. Der Herr verschafft sich Überblick. Wie macht man das denn? Wieso bist du denn nicht gestorben? Cheater! Cheater-Pack! Oh nein, jetzt hab' ich ne Superwaffe. Das ist Cheater-Pack! Unglaublich! Wo war das jetzt? Ich kenn' ja die Map gar nicht. Ich weiß ungefähr, wie das hier aussieht alles, aber... Wo ist er? Bin ich schon wieder. Das ist fürchterlich. Wo bist du? Hier ist zwar ganz viel Sand und so. Ja, Sand. Sand hab' ich auch schon gesehen. Ach, du bist da, wo der Sand ist, ja? Ja, mh. Und die vielen Pflanzen. Ich hab' dich gesehen. Ich hab' dich gesehen. Du hast mich gesehen? Ja. Das find' ich nicht gut. Also, da bin ich nicht. Schade. Yes! 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 Oh, du hast ein bisschen Geld verloren, Junge. Mann, Mann, Mann. Was ist das denn für ne Waffe? Die kenn' ich ja auch gar nicht. Oh! Da wollte ich dich gerade headshotten. Das ist ganz lustig. Jetzt mach' ich dir auch was gefasst. Da wollte ich dich gerade headshotten. Willst du mich jetzt mit der Panzerfaust wegbashen? Also, was ähnliches. Übrigens, als kleine Info, auch für dich, wahrscheinlich, weißt du das nicht. Wenn du mich messerst, dann wird bei mir, oh, ein Rang zurückgesetzt. Ach so, ja, das... Ach, das ist genau so. Bei DoD ist das auch so. Das heißt dann... Humiliation! Ne, ich wurde jetzt auch schon zurückgesetzt. Ey, wieso hab' ich... Ich hab' jetzt an meiner Waffe mit der anderen Hand, halte ich ein Messer. Warum? Aha, Moment. Ähm, du kannst mich messern. Oh, ich wollte dich gerade messern! Ha, scheiße. Aber das läuft ja bisher schon ganz gut. Ich merke gerade, dass, ähm... Die Einstellung glaube ich nicht hundertprozentig stimme, aber das ist kein Problem. Oh, fuck. Nein! Was ist das denn? Nein! Was ist das denn? Jawoll! Ich hab' dich gemessert. Aber ich hab' keine bessere Waffe bekommen. Warum nicht? Ja, das ist mir nämlich gerade auch schon aufgefallen. Ich... Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich... Dass wir bei den Einstellungen was vergessen haben. Ja, wir? Das ist zufällig... Ich, ich, ich natürlich. Entschuldigung. Dass man jetzt, äh, bei jedem Tod und bei jedem Kill einfach eine andere Waffe bekommt. Ja, aber ich hab' ja keine bekommen. Mal ändern wir das, aber so geht das ja auch. Ist ja nicht schlimm. Ich hab' ja die gleiche immer noch. Bö. Die ganze... Aua. Ja, ich hab' jetzt zum Beispiel wieder die Modell. Das heißt, dass es einfach die ganze Wettzelt... Oh! Du Schweine, Schwein! Jetzt hab' ich auch wieder die andere. Ja, dann hast du dich aber ganz schön vertan, mein Freund. Das ist ja ganz schön peinlich jetzt hoffentlich. Ja, ich schäm' mich auch schon ganz groß. Schäm' dich! Ich beschwär' mich! Es gibt eine Beschwerde, ganz oben! Nur, dass du bei dem... Riesenunterschied! Entschuldigung, machen wir mal nichts mal. Ich hab' dich eben umgebracht. Und dann hab' ich die gleiche Waffe gehabt. Das hat mich total genervt. Wo bist du? Ja... Aaaaaah! Ach, das war eine Schnellfeuerwaffe. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das tat weh. Ja, ich hoffe. Ne, du hattest mich fast. Aber, ähm... Die... Es gibt ja keine HP, ne? Also, du... Du hast dann wieder volles Leben, sozusagen. Ja, und das regeneriert sich nach einer Zeit. Das hat mich auch immer so verwirrt bei diesem Spiel. Ja, die ersten Teile... Oh, Mann, ey! Das ist doch nicht wahr. Ich glaub' Call of Duty 1 und 2... Ne, 2 war ja für die... Ne, gar nicht. Ja, doch 1 und 2... Wow, wow, wow. Oh, Mann! Da hattest du auch noch. Da musstest du... Multiplayer, so wie auch im Einzelspieler... Ähm... So Medipacks aufnehmen. Verbandkasten oder sowas. Damit du wieder volle Gesundheit hattest. Auch online. Das fand ich eigentlich immer... Angenehmer. Ja, also im Prinzip... Ich find' eigentlich beide Ansätze ganz gut. Je nachdem. Ja. Ich find' sie natürlich im Singleplayer viel sinnvoller. Oh, Mann, ey! Alter! Boah, Verdrehung, ey! Mitdrehung, ey! Das sind die Legs. Das sind die Legs. Das ist nix anderes. Eigentlich bin ich nämlich total ges... Geskillt. Oh! Wo bist du? Was hast du denn da für ne Waffel? Ja, ne dicke Wumme. Alter, das ist ja so ne Stand-MG, ne? Ja, ne Fett, aber... Ja... So, ich glaube, das hier ist mal wieder ne Schnellfeuerwaffe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit den Waffen spielt aber auch fast keiner. Wenn dann siehst du immer nur die ganzen Idioten hier in der Ecke sitzen mit diesem dicken Wummen und einfach auf einen warten, und dann den vorbeiläust. Camper! Ja, genau diese... Person. Diese Person. Ja. Du wolltest jetzt nicht fluchen auf meinem Kanal, ne? Das finde ich auch sehr löblich von dir. Ja! Ich versuch das auch immer so ein bisschen familienfreundlich zu halten. Das klappt natürlich nicht immer, ne? Das klappt nicht immer. Und jetzt, äh... In letzter Zeit, wo ich so viel... Wo ich so viel spiele, um auch verschiedenste Spiele so ein bisschen zu let's playen oder zu gucken, ob ich so let's playen möchte, komme ich immer wieder durcheinander mit den Steuerungen, ne? Also zum Beispiel manchmal versuche ich, bei MW3 zu laufen, indem ich zweimal nach vorne drücke. Ah ja, das kenne ich. Wo war das denn mal? Ich hab das bei LOL gehabt. Bei LOL wolltest du schnell laufen? Das ist aber... Ne, ne, da mit dem Klicken, da ist... Oh, war ich... Ah ja, genau, da hab ich, da hab ich, ähm... Diablo gespielt. Ah ja, das. Ja, das Problem hatte ich auch. Ja, und dann hab ich, glaub ich, irgendeine Taste gespielt, hab dann aus, dass er mich irgendwo hingeflasht. Ja. Ja, das Diablo-Loi-Problem hatte ich auch. Wobei ich ja Diablo 3 nur bis Stufe irgendwie noch nicht mal 20 gespielt hab, glaub ich. Und dann hab ich irgendwie aufgehört. Ich weiß auch nicht, warum. Ne, ich... Ich auch. Oh, schau. Ja! Ja! Oh, krass. Viel Spaß damit. Oh, krass. Woher weißt du denn, welche Waffe ich grad hab? Weil ich das noch beim Tod gesehen hab, wie du die Waffe gewechselt hast. Nein. Was? Das ist jetzt nicht wahr. Ich hab dich getroffen? Ich hab mir die Rakete angeguckt und dann... Sag mal, aber die MG kann man jetzt nicht wie bei Day of Defeat irgendwo aufstellen, oder? Ne, leider nicht. Da musst du Battlefield spielen, dann geht das. Ne, geht das schon. Ja, oder halt Day of Defeat, ne? Kann ich immer nur wieder allen empfehlen. Macht mir echt Laune, das Spiel. Das könnte ich ja eigentlich auch mal let's playen. Damit die Leute mal wieder das zu schätzen wissen. Wo bist du? Ja. Ja, sagt er immer. Ja, das ist... Wo bist du? Ja! Das kleinste Map und... Ja, das ist immer, weil wir immer beide laufen, ne? Wahrscheinlich, wenn man das so von oben sehen würde. Ja, das ist dann die ganze hinterher. Oh, du Schweine-Schwein! Oh, jetzt hab ich schon wieder die... Das ist doch nicht wahr. Jetzt hab ich schon wieder die scheiß Panzerbauer aus. Gut, dass ich bis jetzt noch ein Javelin hatte. Also jetzt... Oh, du hast ja schon wieder... Nein! Oh, was sagst du? Nur ne Quickskopen. Ja, genau. Ich wollte dich schnell weg. Ja, das ist jetzt gewehr. Quickskopen. Guck mal, das sind so Begriffe. Ich weiß jetzt zwar, was das heißt. Oh, ich hab dich getötet. Wie kam das denn? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, vom... Vom Feedback, was ich so gekriegt hab. Ah! Bam! Irgendwas mach ich falsch. Ich guck mal... Ich guck mal jetzt. Na, ich hab... In dem Moment, wo du rausgelaufen bist, hab ich gerade weggeguckt. Oh, der Desert Eagle! Da bin ich ganz großer Freund von. Was? Nee. Also nicht in dem Spiel hier jetzt, sondern so generell. Oh, ich hab dich gesehen. Das ist... Ich nenn sie die... Sniper Desert Eagle. Ah! Nein, hab ich sie auch. Ach, da hatte er einen Sniper. Das war natürlich ein leichtes Spiel dann, ne? Ja, das... Ja, ja. Du wolltest es gerade als Skill verkaufen. Die Handfeuerpistolen, außer die... M9, glaub ich, ist das... Total bescheuert. Genauso wie die... Ah! Wo bist du? Du kannst du einfach nicht zielen. Ohne... Du triffst einfach nicht. Du hast auch die Desert Eagle, ne? Ja. Aber ich nicht. Die verzieht voll. Oh, oh, oh. Ich hab Schmerzen. Eieieiei. Ich verstehe gar nicht, warum man jetzt dieses Messer in der Hand hat. Das hat man doch sowieso immer, oder nicht? Jawohl! Ich hab dich gemessert. Ich hab dich doch nicht gemessert. Ich hab dich gemessert. Und ich hab jetzt fünf. Wieso hab ich jetzt fünf? Ich hab dich doch eben... Ich hatte eben doch schon fünf. Versteh ich nicht. Ne, du hattest vier. Ne, ich hatte fünf. Ich hab eben geguckt. Vor dem Kill hatte ich fünf. Das ist nämlich, weil du cheat ist. Ich sag das mal so scherzhaft. Alter. Ha ha! What are you talking to me? Ey, ich hab fast... Ich hab fast den Anschluss geholt. Ich hab fast 50 Prozent. Ja, nur fast. Na, warte ab. Ich mach das schon. Ich camp jetzt. Oh, das sind mir die richtigen. Mit Ansage. Ne, ne, mach ich nicht. Mach ich nicht. Keine Angst. Alter! Ich hab dich doch gehabt. Das war doch ein Headshot. So, pass mal auf. Dich pflück ich jetzt weg. Oh, oh. Aber jetzt weiß ich, wo du bist. Nein. Scheiße. Das ist wirklich... Das ist ein bisschen leckt. Tatsächlich. Ich mach nicht nur Spaß. Scheiße. Oh! 50 Prozent! Und ich hab ne Waffe, die ich schon wieder nicht kenne. Aber das ist ja ein super... Das hab ich auch bei DoD dann irgendwann festgestellt. Das ist ein super Spielmodus, um einfach mal die Waffen auch zu üben. Ja, das... Das stimmt. Aber meistens kriegst du die Waffen, die du so generell nie spielst. Ja, gut, aber... Das ist ein bisschen wie dieses dicke Maschinengewehr. Trotzdem. Das ist schon wieder... Ach, das ist ne Shotgun! Das muss mir doch jemand sagen! Ja, ich... Ich kann das doch nicht sehen. Und jetzt hab ich schon wieder die Waffe nicht mehr. Ich konnte das doch nicht sehen. Trotzdem. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob das am Lag liegt oder an der Maus-Sensivity vielleicht. Oh Mann, nö! Wut! Ich bin mir erschrocken. Ich will auch ne Wut-Perücke haben. Aber ich... Ich... Ich hab mich grad gewundert, wo ich mich erschrocken hab. Sonst springe ich immer. Ich weiß nicht, warum... Aber wenn ich mich im Spiel erschrecke und um die Kurve kommt, fang immer an zu springen. Wie so ne Katze, die sie erschreckt. Das hatten wir gestern auch. In der Abschlusskamera, wo ich getötet wurde, ich erst mal am Rumspringen. Als sie um ne Ecke kam, wo ich mich total erschrocken hab. Keine Angst. Ich werd dich einfach gleich schlafen legen. Da kannst du auch nicht mehr springen. Ich werd das jetzt mal hier zu Ende bringen. Ja, peinlich. Wo bist du denn? Immer diese Fragen, ne? Ja, ich... Ja, schon wieder ich. Mann. Ich hör dich schon wieder, aber... Was? Was? Aber ich hab ne scheiße Waffe. Oh! Oh, was ist denn? Ein Schuss, oder was? Hä? Ein Schuss, oder was? So, ist das jetzt auch ne Shotgun? Ne. Ach, das ist, glaub ich, die erste Waffe. Bin ich so weit zurückgefallen? Dich gesehen. Denn. Aua. Aaaaaaah! Oh! Was? Kacke! Aber ich mein, es erfüllt ja... Oh ja, schön. Und doch so schön. Scheiße. Ach, ich dachte, ich krieg dich. Ich dachte, ich krieg dich. Ja, war knapp. Aber es hat ja die Vorgabe erfüllt. Ich hab gefailt. Äh, noch nicht mal gut genug. Eigentlich hätte ich noch besser fällen können. Aber das fand ich grandios. Das war ne super erste Let's Fail Folge. Auch noch gerade so fast genau 16 Minuten. Das ist ja ein Traum. Ich lade euch herzlich dazu ein, noch mal einzuschalten, wenn es mal wieder heißt, let's fail mit Fischkorb. Ähm, ich denke mal, wir werden gleich noch ne Aufnahme machen direkt. Mit nem anderen Spielmodus. Also, ich bin total gespannt. Ähm, ich hoffe, ihr seid's auch. Vielen Dank, Gravity. Alles klar, kein Problem. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.